Was geht? Willkommen zu diesem neuen Video. In diesem Video erkläre ich euch, warum ich so lange weg war, besser gesagt über einen Monat. Und was für Videos in Zukunft kommen werden, oder ob überhaupt noch Videos kommen werden. Und was ich in dieser Zeit gemacht habe. Also wenn euch das interessiert, dann bleibt gerne mal dran. Schreibt auch gerne ein paar Kommentare für den Algorithmus, weil wenn du einen Monat lang nichts hochlädst, naja, dann nimmt dich der Algorithmus schon hops. Deswegen bleibt dran, schreibt ein paar Kommentare, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Ich hätte jetzt gesagt, viel Spaß mit dem Video. Also als erstes möchte ich mal darüber reden, warum ich so lange weg war. Und das hat einen ganz einfachen Grund, weil ich mich momentan auf einen ganz anderen Kanal fokussiert habe. Wo ich mittlerweile schon über 55.000 Abonnenten habe. Und hier halt eben nur 700. Und mir dort der Content einfach mehr Spaß macht, als dieser Fortnite-Content. Weil momentan mir Fortnite auch einfach gar keinen Spaß mehr macht und ich es auch gar nicht mehr privat spiele. Falls ihr Fortnite auch nicht mehr so oft spielt wie ich, dann schreibt es mir doch gerne mal in die Kommentare. Würde mich mal interessieren. Jetzt stellt sich ja noch die Frage, was für Videos kommen. Und da habe ich eine ganz einfache Antwort. Es werden jetzt nur noch, nicht mehr so oft, aber manchmal noch so jede drei Wochen vielleicht noch ein Video kommen. Über Fortnite, wo ich euch einfach ein paar Tipps und Tricks zeige in der neuen Fortnite Season. Wie jetzt die neue Fortnite Season 4, die ja vor ein paar Tagen erst gestartet ist. Wie ihr ja wisst, war ich jetzt über einen Monat lang weg. Und jetzt stellt sich ja noch die Frage, was habe ich in dieser Zeit gemacht. Und ich kann euch eher sagen, ich habe mich auf einen anderen Kanal fokussiert. Der wie gesagt über 55.000 Abonnenten hat. Wo ich auch relativ aktiv bin und aktiv Videos hochlade. Die aber auch nicht Fortnite sind, sondern über ein anderes Game. Das macht mir momentan auch mehr Spaß. Deswegen werden jetzt auch hier nicht mehr so aktiv Videos kommen, aber es werden noch Videos kommen. Dieses Video ist auch nicht anstrengend oder sowas gecuttet. Ich habe es einmal nur aufgenommen, ein paar Fragen noch reingeschnitten und es war es. Weil ich ehrlich gesagt auch momentan einfach noch sehr viel Stress habe. Ich hoffe, ihr versteht das. Das sollte es jetzt von diesem Video gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr wisst jetzt, was ich in der Zeit und alles so gemacht habe. Und warum ich jetzt so lange weg war. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Aktiviert auch die Glocke, um dann keine neuen Videos mehr zu verpassen. Schreibt gerne noch ein paar Kommentare für den Algorithmus. Weil wenn man einen Monat lang nicht hochgeladen hat, dann hat sich der Algorithmus schon auseinander genommen. Jetzt werden euch noch meine letzten Videos eingeblendet. Die könnt ihr euch auch gerne noch anschauen. Jetzt habe ich eigentlich auch nichts mehr zu sagen. Außer noch, dass ich euch noch einen schönen Tag wünsche und ciao. Bis zum nächsten Mal.